Abfahrt Jungs Bruder, Miami gegen Philadelphia 76ers Game 3 Philadelphia, äh Miami Bruder, Miami liegt 2 zu 0 vorne Deswegen, Philadelphia muss nachziehen, Digga Ich weiß jetzt aber nicht, wo die gerade spielen Ah, sie spielen in Philly, alles klar, alles klar Kyle Lowry, PJ Tucker Ich hab kurz gedacht, Tyler Harrow Ach, schade Bruder, schade Achso, warte mal, Chad Ähm, falls euch wundert, falls ich mit dem rechten Arm Irgendwie mal kurz irgendwie abrutsche Ähm, ich hab gestern FIFA gespielt Und, äh Ja Äh, ja, ich hab halt FIFA gespielt, ne Nicht, dass ihr euch da wundert Drus 6 zu 4 aus, Geist Tobias Harris pushed James Harden verliert den Ball Shootet trotzdem Ja, Junge Das passiert, wenn man schlecht ist Bruder, hat deine Mom auch als erstes gesagt, Digga Und danach hat sie dann erstmal gar nichts mehr gesagt, ne Weil sie hat wenigstens ein bisschen benehmen, Digga Sie weiß nämlich, mit Vollmund spricht man nicht, weißt du Wie kann sowas passieren? Ja, Bruder, ich hab mich über Leute aufgeregt Und dann hab ich den hier gemacht Und hab ein bisschen zu sehr an der Lehne gezogen Und, äh, ja, dann hatte ich sie auch mal an meiner Hand David Green Ah Philadelphia 10 Punkte vorne Äh, mit 4 Punkten vorne Ach, Joel Embiid ist ja auch wieder dabei Joel Embiid, too easy, Digga, too easy Haben die Miami überhaupt irgendwen der annähernd 7-foot ist? Wenn man zu stark ist Ja, leider, Bruder, leider Oh, Tobias Harris Ich sag dir ganz ehrlich, nachdem das Ding gestern hier kaputt gegangen ist, Alter Muss ich sowieso erstmal, äh, mich wieder fokussieren Mich wieder sammeln, Digga Bei, äh, ja, Bruder Ich bin froh, dass die Lehne kaputt gegangen ist Und nicht der Tisch, weißt du Behind the back Oh, Maxi James Harden Hiiii Ich glaub James Harden kürt gerade die Playoffs 10 Punkte vorne verdienen Tyler Harrow Mit Range Shot Auf easy Oh, Tyler Harrow Bruder Auch ein ganz wehler Typ Six-Man of the Year Six-Man of the Year, was? Oh Oh, Joel Embiid, Bruder Einfach Shaquille O'Neal Als 2022-Center verkleidig Oder was Was ist denn mit Tyler Harrow los? Oh Victor Oladipo haben die ja auch noch Bruder Was spielen die Sixers wieder? Warte, das können wir auch mal ganz kurz gucken Ich hab extra meine Google-Suche angepasst, Digga Dass man da nix komisches sieht Letztes Mal war nämlich ein bisschen weird Ähm Heute Abend Bugs gegen Celtics, Digga Das ist Game 3, Digga Es steht 1 zu 1 in der Series, Digga 21.30 Uhr Das ist mal eine vernünftige Zeit für uns Und die 76ers spielen dann Übermorgen Übermorgen Spielen die dann Und Warriors gegen Grizzlies auch heute Nacht um 2.30 Uhr Ich glaub, das werd ich leider nicht schaffen, mir anzugucken Aber auf jeden Fall Bugs gegen Celtics, Digga Bruder Auch kein Trevor, aber reden wir nicht drüber Maxi Direkt wieder die Korne, Digga Kurz den kleinen Step-Carry gemacht Ah, schade Wobei ist Harris am Pushen Ruf 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 Reiz an Punkte vorne, Digga Game 3 ist Embiid nicht da Wegen seiner Verletzung Das ist doch Game 3 gerade, Bruder Und ich hab grad schon Embiid spielen sehen Da ist er doch Der verteidigt gerade Meinst du Game 4 oder was? James Harden auch wieder am Schlafen in der Defense Bruder, was lässt du denn Danny Green die ganze Zeit in der Corner frei? Und der Spiel trägt halt ne Maske Ja, okay, Digga Achso Achso, okay Embiid-Masken-Style ist wieder weg Bruder, auch gefährlicher Mann Imagine Bruder Tyler Harrow, kurz die Füße gesettelt Es hat aber nicht gereicht, Digga Aber Jimmy Budd nach vorne mit dem Offen Siegbord Der hat Bayo gegen Joe LB So wieder, okay Oha Okay, okay Kurz gedacht, Digga Dass PJ Tucker mit dem Backdoor Cut Hittig Jimmy Butler Ganz easy 7 Punkte Führung, oder? Erste Halbzeit war's vorbei Fuck Danny Green 21 Punkte 7 von 7 von 3 Einfach 100% Ach du Scheiße Ja gut, Digga War Danny Green nicht sogar die Story, Digga Dass er damals bei den Lakers nicht gehittet hat, Digga In den Playoffs Ja gut, ist aber auch schön, ihn wieder da zu sehen Gut, der Jimmy Butler auf dem Siegbord Gefährlicher Typ Dann werden ihn mit Range reinrückt, Digga Dann musst du Ellen wieder auch mit Range reinrücken Bruder Danny Green hot Wie kann er 7 von 7 sein, wenn er jetzt 12 Punkte 4 von 5 steht Jimmy Butler Ja Oder auch einer meiner absoluten Lieblingsspieler in der NBA Du's Was ich tue? Das war ein Tu, ne? Oh, Erlöser, Digga Erlöser, Hall of Fame Hab ich gesehen, Digga Hab ich direkt gesehen Sieht auch aus, als ein Jimmy Butler cool unter Druck hochgemacht Ja gut, Danny Green ist aber auch keine Verteidigung Drei Punkte unterschieden Nur noch Hey Ne, ich meinte, dass er 7 von 7 getroffen hat Ja, ja, ist ja schön und gut, aber warte mal Wo steht noch Wo steht noch hier gerade Ja, guck mal unten rechts, Digga Er hat 12 Punkte und 4 von 5 von 3 Steht da, Digga Kann doch sein, dass sie sich vielleicht nach dem Game, ähm, verbessert haben Aber, ne Zu viel 2K gespielt, oder wie Rex, Digga DJ Heiko, Digga Ich hoffe, du bist gerade da, Digga Drus Bruder, der Typ ist halt auch einfach 1,50 Meter groß, Digga Hat minimal Wingspan, Digga Der muss 95,3er haben Der braucht sich gar nicht eigentlich in die Corner stehen Der kann eigentlich Top of Seeky da vorne am Hedge stehen Insgesamt war er 7 von 9 Ja, aber da stand ja gerade 4 von 5 von 3 Wir gucken uns am besten die Statistik am Ende des Games mal an Bruder, da kannst du mir sagen, was du willst Das ist cool unter Druck, Digga Das war auf jeden Fall ein Tunnel Trotzdem die Dreier reinreden Ja, da hat Danny Green noch einfach einen Schicht gerade gut Der hat einfach, der hat einfach einen Schicht gerade gut, Digga Der hat alle seine Badges einfach auf Shooting gemacht diesmal Bruder Bruder Catch the Shoot Hall of Fame Oh, was war, oh Bruder Was war das denn, guck dir an Der Eurostep von der Dreierlinie Oh Gott Wir wissen aus dem 2K20, Digga Was sagst du, Rex, Bugs oder Celtics? Ich denke, heute Abend machen es die Bugs Weil die spielen ja auch in Milwaukee Ich würde mich aber im Endeffekt einfach alles bei dem wünschen, Digga Weil das ist auch wieder einer der spannendsten Series ist, Digga Nach natürlich Golden State gegen Memphis Ja, Digga, ich wünsche mir einfach nur, dass die Spiele lange gehen, Digga Ja, dass die viele Spiele haben Maxi pusht Oh Einfach Tyler Harrods zur Seite geschoben Zur Seite, Digga Oh, schade Aber Tucker und Butler sehr, Digga Rebound, Digga, direkt zusammen, mindestens Wall of Fame Ja, ist klar, ist toll, Digga Klar, ist toll, ah Alles klar, Massen, Indi Oh, das kannst du nicht machen Kannst du nicht machen, Alter Ich weiß nicht, dass die sich auch nicht in der NBA denken Von wegen, Bruder Lass doch lieber den Typ an der Dreierlinie stehen Und lass die Leute irgendwelche Easy-Zweier fahren Ist doch scheißegal, Bruder Guter, Digga Ist aber wahrscheinlich auch gerade wirklich zu viel 2G denken Letzte Viertel Schuld, Digga Also auch kurz ein bisschen wie Trouble auch, Digga Kurz die Tippie-Tabs rausgeholt Der war eiskalt Der war eiskalt, Digga Und dann sind 10 Punkte Unterschied, Digga Am vierten Viertel Schwierig, Digga Ist doch schwierig wie die Moral dann So weit ist Harris Genau, das meine ich, Bruder Schön gespielt von den beiden, Bruder Der Pathet gibt Step-back Heee, Digga Sind zwar nur 6 Minuten, aber es sah schon ein bisschen wie der Deck aus Bruder Oh, Bruder Bruder Dirty Digga, Bam Hätte auch nicht mehr gedacht, dass er reingeht Ist so Er hat dich ein Shot in der ersten Halbzeit getroffen, Digga Und dann 15 Punkte in der zweiten Das ist, äh Butler Da kannst du machen, was du willst Jimmy Butler kommt dir auch nie wieder dicke Scorer vor, ne Aber der findet immer einen Weg, Punkte zu machen Immer Ah Oh, Gott Ah Bruder, wir müssen es auch nochmal sehen In den Mann rein Oh, im Fallen Oh Bruder Gut, Digga Das war der Deckard Das war der Deckard, Digga 15 Punkte High of the Clash Stark, Bruder Jetzt treffen wir sogar die zweite Mannschaft Ja, gut 99 zu 79, Digga 20 Punkte Unterschied Trotzdem führt Miami immer noch mit 2 zu 1 Da wird ein interessantes Series, Digga Man darf den MVP noch nicht so schnell abschreiben So, warte mal, Danny Green wollen wir gucken, ne Danny Green Ah, 7 von 9 Von 3 Insgesamt war er 7 von 9 Ah, okay Okay, alles klar, okay Langsam verstehe ich Langsam verstehe ich Oder plus 17 Punkte Differenz 21 Punkte Ja, nach Tyrese Maxx, die zweite Top-Scorer, ne Bei JLM Beat hat man leider ein bisschen die Maske gemerkt, ne 18 Punkte leider nur Und Jimmy Butler mit 33 Punkten Ist aber auch der einzige, der irgendwie Krass gepunktet hat Der Tyler Harrow hat seine 14 Punkte aufgelegt Das ist aber auch noch zu wenig Und dann auch keiner mehr in Double-Figures Ah, sch- Und dann auch mehr in Double-Figures Das ist aber auch ein bisschen die Maske dem Und dann auch noch zu wenigstrasch Aufstehen Das ist aber auch noch zu wenigstrasch Und dann auch zu wenigstrasch